Wir sind jetzt hier auf dem Verkehrslandeplatz und Abflugplatz, der wahrscheinlich auch, oder landen darf sie ja nicht. Okay, Lohmühle in Edelben. Hubschrauber ist interessant, das ist aber nicht was für alle. Also zwei Flugzeuge sehen wir und viele Leute. Ja, und, ja, also, es ist Müllheim mehr los. Das ist Müllheim, das ist Müllheim. Ja. 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 Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist aber ein mickriger Wassergraben. Untertitelung im Auftrag des ZDF Das ist aber ein mickriger Wasser